Du willst ganz viele kostenlose Videos zur Elektrotechnik? Dann komm auf studyflex.de! Was ein binärer Code ist, hast du ja schon im Video zu Zahlensystemen gelernt. Er besteht aus Nullen und Einsen und kann beispielsweise so aussehen. Die einzelnen Stellen heißen Bits. Das niederwertigste Bit steht ganz rechts, es hat die Wertigkeit 2 hoch 0. Das vorderste Bit steht an der achten Stelle und hat die Wertigkeit 2 hoch 7. Eine binäre Folge von 8-Bit heißt übrigens Byte. Unser Codewort besteht aus 8-Bit und ist folglich also genau ein Byte groß. Wir versenden nun unser Codewort an einen Empfänger. Er empfängt 1010-0100. Hoppla, da stimmt ja was nicht. Das letzte Bit ist falsch, an der niederwertigsten Stelle müsste eine 1 stehen. Umgangssprachlich bezeichnet man dies auch als gekipptes Bit. Auch das dritte Bit ist falsch. Die Hemming-Distanz zwischen dem gesendeten und dem empfangenen Wort ist 2. Denn zwei Bits unterscheiden sich vom Original. Die Hemming-Distanz steht also für die Anzahl an unterschiedlichen Bits zwischen zwei gleich langen Codewörtern. Nachdem nun alle Unklarheiten beseitigt sind, können wir loslegen und einen Grey-Code entwerfen. Aber halt! Was ist ein Grey-Code eigentlich? Der Merksatz dafür lautet, der Grey-Code ist ein stetiger binärer Code, bei dem sich benachbarte Codewörter nur in einem einzigen Bit unterscheiden. Die Hemming-Distanz benachbarter Codewörter ist 1. Stetig bedeutet dabei, dass das letzte und das erste Codewort auch Nachbarn sind und ihre Hemming-Distanz demnach 1 sein muss. Jetzt können wir aber wirklich loslegen. Um den Grey-Code zu bilden, brauchen wir einen Spiegel. Du hast richtig verstanden. Einen Spiegel, der dir das abbildet, was du bereits schon siehst. Nur eben spiegelverkehrt. Wir nehmen ein Blatt und schreiben darauf eine 0 und darunter eine 1. Nun legen wir einen Spiegel darunter und schreiben auf, was wir im Spiegel sehen. Auf unserem Blatt steht jetzt 0110. Die Kästchen davor füllen wir oberhalb des Spiegels mit einer 0 und unterhalb mit einer 1. Herzlichen Glückwunsch! Du hast nun deinen ersten Grey-Code entworfen. Allerdings besteht dein Grey-Code nur aus vier Codewörtern. Wir hätten aber gerne zehn verschiedene Codewörter. Spiegeln wir also unseren Grey-Code erneut an der Spiegelachse. Diese befindet sich immer horizontal unter dem letzten Codewort. Das ergibt dann? Damit unser Code eindeutig ist, also jedes Codewort nur einmal vorkommt, füllen wir die Kästchen oberhalb der Spiegelachse wieder mit 0 und unterhalb mit 1. Jedes Codewort kommt jetzt genau einmal vor. Der Grey-Code ist einschrittig. Das heißt, wenn wir von Codewort zu Codewort sprengen, dann verändert sich immer nur ein Bit. Auch zwischen dem letzten und dem ersten Codewort verändert sich nur ein Bit. Wir können den Grey-Code also auch kreisförmig darstellen und das Startwort an jeder beliebigen Stelle wählen. Der Grey-Code besteht nun aber immer noch nur aus acht Codewörtern. Wir sind also immer noch nicht ganz fertig. Holen wir nochmal unseren Spiegel raus und gehen nach dem gleichen Schema wie gerade eben vor. Zuerst spiegeln wir horizontal unter dem letzten Codewort alle bisherigen Codewörter. Da jedes Codewort nun zweimal vorkommt, füllen wir wieder mit 0 in oberhalb der Spiegelachse und mit 1 in unterhalb der Spiegelachse auf. Unser Grey-Code hat nun 16 Codewörter. Super! Wir haben unser Ziel somit erreicht. Was ist nun aber, wenn du genau 10 Codewörter brauchst und dein Code immer noch stetig sein soll? Dann kannst du 5 Codewörter oberhalb und 5 Wörter unterhalb der Spiegelachse nehmen. Dann ist dein Code immer noch stetig. Die Hemming-Distanz zwischen deinem ersten und letzten Codewort ist also 1. Übrigens, auf dem Grey-Code kannst du natürlich auch durch Herumprobieren kommen. Aber mal ehrlich, wer hat schon Zeit, so lange zu testen, bis ein einschrittiger, stetiger Code rauskommt? In der Klausur hast du das bestimmt nicht. Aber was bringt dir das jetzt? Der Grey-Code eignet sich sehr gut zur Fehlererkennung in aufeinanderfolgenden Abläufen. Dein System erkennt sofort, wenn mehr als ein Bit kippt und weiß somit, wann das Codewort falsch ist. Dir hat das Video gefallen? Noch mehr kostenlose Videos gibt's auf studyflex.de ? ? ? ? ? ? ?